Hallo zusammen! Heute zeige ich euch einmal, was ich mitnehme in meine Flitterwochen für den Pool, was so in meiner Pooltasche ist. Einen Strand haben wir leider nicht, aber einen Pool. Und ja, ich werde euch da so ein paar Produktempfehlungen geben, was ich persönlich halt sehr, sehr gut finde und welche Produkte ich bevorzuge. Und los geht's! Das Erste, was man natürlich mitnimmt, um sein Haar und seinen Kopf zu schützen vor den furchtbaren Temperaturen, ist natürlich ein Sonnenhut. Das ist schon mal das Allererste, was ihr einpacken solltet. Was ich natürlich mitnehme, ist eine Flasche Sekt. Schön gekühlt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, es ist schön gekühlt. Eiskalt. Und bei 48 Grad im Schatten knallt das schön in der Birne. Also auf jeden Fall in den Flitterwochen immer eisgekühlten Sekt dabei haben. Gegen die aufkommende Langeweine habe ich noch einen aufblassbaren Ball mitgenommen. Außerdem total wichtig, ein Fächer. Wenn ihr habt, könnt ihr natürlich auch so einen elektronischen Ventilator nehmen. Gibt's doch jetzt auch nur so kleine elektronische Ventilatoren für die Hand in Handtaschenformat. Ja, ich bevorzuge die guten alten Fächer. Definitiv ein Must-Have für Pool oder Sonne. Pool oder Sonne. Pool oder Strand. Eine Sonnenbrille. Natürlich ist ganz wichtig. Ein Buch. Das habe ich mir aber noch nicht gekauft. Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Also nehmt auf jeden Fall ein gutes Buch mit. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Sachen, die ich euch empfehlen kann. Wie ihr ja wisst, bin ich ein riesengroßer Fan von Tattoos. Wie man unschwer auch erkennen kann. Und Tätowierungen brauchen natürlich ganz besonderen Schutz. Eben weil die Tinte sonst sehr schnell verblasst. Also die Farben, die verblassen sehr schnell, wenn man, ja, die zu häufig und zu stärker, ja, Strahlung aussetzt. Deswegen habe ich hier einen Tattoo-Protector. Das ist Lichtschutzfaktor 50. Übrigens, die Marke, also davon abgesehen, dass sie unheimlich cool aussieht, kommt aus Brasilien und heißt deswegen auch Sol de Janeiro. Und sieht so aus. Also das ist jetzt nur eine Verpackung, ja. Aber richtig geil. Und ich zeige euch das einmal ganz kurz. Sieht so ein bisschen aus wie Lip Balsam. Und funktioniert auch ähnlich. Es ist eine transparente Creme, die jetzt nicht, wie man denken könnte, weiß ist. So ein Zahnblocker, ganz im Gegenteil. Also nicht so ein, guck, wer will schon eine weiße Schulter haben. Also zum einen pflegt es natürlich die Haut und, oh, das riecht so gut. Also es riecht echt mega gut. Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch als, definitiv als, ja, Lip Balsam benutzen kann. Also quasi als Sonnenschutz für die Lippen. Warum auch nicht? Also es ist sehr, sehr angenehm. Es ist so ein, ja, so eine fetthaltige Creme mit Sonnenschutz und Lichtschutzfaktor 50. Und das ist halt, also ich weiß nicht, wenn ihr tätowiert seid, dann könnt ihr das vielleicht nachfühlen. Wenn man natürlich nicht tätowiert ist, jetzt vielleicht so nicht. Aber so eine Tätowierung ist nicht nur unheimlich schmerzhaft, sondern ist auch unheimlich teuer. Und, ja, deswegen möchte man, dass das Tattoo so lange wie möglich gut aussieht und nicht so schnell verblasst. Deswegen, ja, besonderen Schutz dafür. Von der selben Marke. Ich weiß nicht warum, aber ich trau den Brasilianern halt. Weil, man, die haben auch immer schöne Haut, die sind schön gebräunt. Ne, die haben viel Sonne da. Also das nächste Produkt ist eins zum Abkühlen, wenn es euch einfach zu heiß wird in der Sonne. Und zwar ist das ein Refreshing Spray. Das ist jetzt hier alles auf Portugiesisch, was hier drauf steht. Also, entschuldigt bitte. Mein Portugiesisch ist ein bisschen eingeschlafen. Könnte mein Vater, mein Vater wohnt seit Jahren in Brasilien. Der könnte euch das jetzt hier vorwärts und rückwärts aufzählen. Und zwar ist das halt so ein Refreshing Spray mit Kokosnusswasser. Und ich finde, ich habe es schon ausprobiert, ein paar Mal. Also es riecht nicht nach Kokosnuss. Es riecht frisch. So, aber eher so blumig, gar nicht so nach Kokos. Es ist aber Kokosnusswasser drin. Und irgendwas anderes. Also da muss noch irgendwas anderes drin sein, weil es total kühlt. Also es hat so ein bisschen was von japanischem Minzöl. Also wenn ihr das so kennt. Wenn man das so aufträgt, dann hat das auch so einen kühlenden Effekt. Es riecht aber nicht danach. Also es riecht nicht nach Minze. Nein, überhaupt nicht. Es riecht überhaupt nicht nach Minze. Aber es hat einen total mega kühlenden Effekt. Das ist so angenehm. Und wenn man echt so in der Sonne brät, dann ist das total geil, wenn man das so... Ja, wir wohnen im Dachgeschoss. Ich würde mich am liebsten den ganzen Tag damit einsprühen. Also was ich auf jeden Fall mache, ich stelle mir das immer in den Kühlschrank und packe es dann in die Kühlbox, wenn wir an den See fahren. Gut, die Kühlbox werde ich jetzt nicht mit in die Viertelwochen nehmen. Aber ich werde es trotzdem immer im Kühlschrank aufbewahren, weil das halt noch extra frisch ist. Ist auch gut, wenn man einfach das so, wenn man sich selber so zu Hause mal erfrischen will. Aus dem Kühlschrank nehmen und dann ist man schon gleich ein bisschen frischer. Das nächste Produkt, was ich euch empfehlen kann, gerade für Frauen mit langen Haaren, ja, wie ich bin als Neulings auch, jemand mit langen Haaren. Und gerade wenn die auch aufgehellt sind, dann brauchen die natürlich extra Schutz. Und das ist jetzt kein Schutz, so ein Spray, sondern ein Conditioner mit UV-Schutz. Und ja, das ist nicht nur für die Haare, sondern auch für die Kopfhaut. Also nach dem Haarewaschen einmal komplett überall drauf geben und dann ganz normal halt ausspülen, wie immer. Ich versuche euch mal den Geruch zu beschreiben. Es riecht alles irgendwie gleich, finde ich. Also es riecht alles immer so ein bisschen frisch, zitronig, blumig. Also so eine ganz komische Mischung irgendwie aus frisch und blumig. Also besser kann ich es irgendwie nicht beschreiben. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn... Weil es, ähm, es ist übrigens mit grüner Mango. Ich zeige euch mal gerade die Verpackung. Das ist das, ähm... Green Mango Hair and Sky Protector and Conditioner. Also, ja, contain sunscreen. Also es ist ein Sunscreen für Kopf und Haare. Mit grüner Mango. Es riecht aber jetzt nicht nach Mango. Es riecht frisch, angenehm, aber jetzt nicht nach Mango. Also so ist das auf jeden Fall. Alle diese Produkte, was ich halt sehr, sehr geil finde, das sind halt alles. Es ist jetzt nicht... Es ist so quasi brasilianische Naturkosmetik. Und das finde ich halt, ähm, richtig praktisch. Oh, ich habe noch vier Minuten, mein Akku blinkt. Aber das sollte reichen. Wie es dann nämlich schon das letzte Produkt erreicht. Und jetzt denkt ihr natürlich, okay, ja, jetzt hat sie sich erfrischt. Ihr Tattoo geschützt, äh, die Haare und die Kopfhaut. Jetzt brauchst du natürlich noch einen Sonnenschutz, genau. So, und den Sonnenschutz, ey, das ist so geil. Ich habe das extra alles nochmal in die Verpackung reingetan für euch. Damit ihr nochmal sehen könnt, wie schön das aussieht. Also ich finde das sehr, sehr stylisch. Ich mag das. Das ist hier schön mit Rio, dem Berg und so. Ich finde es sehr, ich finde es geil. So, und wofür sind die Brasilianer bekannt? Ja, für knackige Hintern, ne. Schöne Körper an der Coca-Cabana. Und sie sprühen sich immer ein mit so Ölen. Und ich habe schon diverse Öle benutzt. Aber das hier ist der absolute Knaller. Ich sage euch auch warum. Weil, mal davon abgesehen, dass es echt mega gut riecht. Also es riecht echt so dermaßen nach Sonne. Richtig geil. Und es gibt halt so ein total schönes, geschmeidiges Hautgefühl. Und die Haut, die glänzt auch so schön, ja. So schön eingeölt. Aber es ist nicht so unangenehm auf der Haut. Das habe ich nämlich bei den anderen Ölen. Dass du dich echt fühlst wie so eine alte Pommes im Fett, ne. Also es geht echt gar nicht. Aber das macht wirklich ein total schönes Hautgefühl. Ohne dass es halt so, ja, so schmierig-ölig ist. Also das geht echt gar nicht. Ähm, ich gucke noch mal, was hier drauf steht. Und es sorgt für eine tiefe und lang anhaltende Hautbräunung. Für das Öl verwenden wir natürliche Pflanzenöle. Und, ja. Also es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes zu diesem ganzen Nivea-Zeug, was wir hier so haben. Also ich kann die Produkte euch einfach empfehlen. Weil sie sehr natürliche Inhaltsstoffe haben. Und es ist halt nicht so eine mega Chemiebombe. Die riechen auch sehr, sehr angenehm. Und die haben halt eine richtig gute Wirkung. Also, das sind die Produkte, die ich in meine Flitterwochen-Handtasche mitnehme für meinen Pool. Für den Pool. So, und wenn ihr jetzt denkt, so geil, ich möchte die Produkte auch gerne ausprobieren. Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Denn ich bin großzügig, wie ich bin. Und weil es sich einfach so gehört, wenn man heiratet, ja. Dass man den Leuten, die man mag, ein kleines Giveaway gibt. Werde ich natürlich auch ein paar der Sachen verlosen. Was heißt ein paar. Sondern alle Produkte, die ihr hier sehen könnt, könnt ihr auch gewinnen. Dann schreibt mir einfach in den Kommentaren, welches der Produkte ihr gerne hättet. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr alles haben wollt, das ist einfach nur schreibt. Ich hätte gerne alles. Ist mir egal, welches Produkt du mir zuschickst. Also, ich verlose auf jeden Fall jeweils ein Produkt der vier. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, was wird verlost? Und, ähm, ja. Wenn ihr das gerne kaufen wollen würdet, ähm, dann schaut doch mal dezent in die Infobox. Dort findet ihr einen Link zu den Produkten. Also, schaut da mal. Und wenn ihr was noch mehr gewinnen wollt, dann schaut auch nochmal in die Infobox. Für, äh, noch mehr schöne Verlosungen. Und, wenn ihr jetzt aus der Schweiz seid, dann könnt ihr euch freuen, denn, wenn ihr was bestellt, ist die erste Bestellung kostenfrei für euch. Und weitere Informationen dazu findet ihr ebenfalls unten hier. Also, mal draufklicken. Wir sehen uns, ähm, ja, ich nehme mal an morgen wieder. Und, ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis morgen. Tschüss.